Wir haben Besuch bekommen von John Constance von der Atlantischen Akademie in Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Sie haben ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen. Erzählen Sie mal, worum geht es? Es geht darum, amerikanische Militärgehörige und deren Familien besser in die Gemeinden zu integrieren, das Einleben zu erleichtern über Maßnahmen, die wir gemeinsam mit den Gemeinden eben ins Leben rufen und die dabei unterstützen, besser an die amerikanischen Familien heranzukommen und sich mit denen auszutauschen. Also im Prinzip Deutsche und Amerikaner zusammenzubringen in den einzelnen Gemeinden. Dass es sich in Rheinland-Pfalz prima leben lässt, das wissen Sie, das weiß ich. Was macht es denn auch für die Amerikaner so reizvoll? Ja, auf jeden Fall zunächst mal die Landschaft, dass es viel Natur gibt. Also viele Amerikaner mögen das wirklich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die deutsche Kultur. Das deutsche Essen, der Saumagen manchmal, die Leberknödel oder eben das Zusammenleben mit den Deutschen, das auch so herzlich sind. Die Rheinland-Pfalz sind ja auch sehr gastfreundlich, das wissen wir ja alle. Und das wissen wir eben auch sehr zu schätzen. Sie haben es gesagt, mit diesem Projekt möchten Sie die Amerikaner, die uns gekommen sind, in die jeweiligen Gemeinden einbinden. Wie funktioniert das ganz konkret? Ganz konkret sind das unterschiedliche Maßnahmen, die wir in die Wege leiten. Das können Deutschkochkurse für amerikanische Familien sein. Das sind englischsprachige Stadtführungen in einer Gemeinde, wo man über die Historie der Stadt aufklärt. Es können aber auch deutsch-amerikanische Feste sein oder deutsch-amerikanische Stammtische, wo man sich regelmäßig trifft und sich austauscht. Und dabei hilft das WIR-Programm, um eben so ein Forum zu schaffen und die Verantwortlichen vor Ort und die Ehrenamtlichen dabei zu unterstützen, solche Maßnahmen auf die Beine zu stellen und auch professionell und effizient umzusetzen. Man kommt ja mit Sicherheit auch regelmäßig ins Gespräch, diskutiert auch mal. Wird momentan, ich möchte mal sagen, besonders viel diskutiert, weil die Amerikaner ja einen durchaus streitbaren Präsidenten haben? Ja, das kann man durchaus so sagen. Das merkt man so alltäglich, aber nicht so vor Ort. Also natürlich schwingt das irgendwo im Hintergrund mit. Das ist Thema. Es wird auch nachgefragt, weil das Interesse ist natürlich auch erhöht momentan wegen der Trump-Administration und auch die Nachfragen, okay, wie soll man das einordnen, was euer Präsident da macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass Animositäten entstehen und dass man die amerikanischen Familien jetzt als kleine Trumps ansieht, die jetzt durch das Dorf wandern und man denen die Meinung geigen muss. Also so ist das dann nicht. In jedem Fall ein sehr spannendes Projekt, das sicherlich das Einleben auch erleichtert. Vielen Dank, dass Sie uns das heute vorgestellt haben. Vielen Dank.